Kameradschaft. Das Band, das unsere Feuerwehr zusammenhält. So viele Jahre hat sie mich gehalten, mich getragen. Von klein auf durfte ich lernen, wie wichtig sie ist. Im Team erreichen wir unser Ziel und werden dabei von der Stärke unserer Gemeinschaft getragen. Dieser Grundsatz begleitet mich seit meiner Kindheit. Und wenn es um alles geht, wenn jede Hand gebraucht wird, sind wir keine Einzelkämpfer. Dann zahlt sich alles aus. Ich habe gelernt, in schwierigen Situationen das Gelernte abzurufen. Und dann, wenn man alles gegeben hat, wenn man alles Menschenmögliche getan hat, weiß man, dass sich alles gelungt hat. Jede Übung, jeder Unterricht, jedes Training. Manchmal liegen Schreckliches und Schönes nah beieinander. In meinen 30 Jahren Dienst habe ich beides erlebt. Schwere Schicksale, aber auch wunderschöne Momente. Mit meinen Kameraden Musik zu machen, war mein Ruheproden. Es war Gemeinschaft in einer völlig anderen Umgebung. Wie eine gemeinsame Sprache, die uns alle verbannt. Und jetzt, wo ich zurückblicke, schaue ich auf ein erfülltes Leben. Und ich schaue in die Zukunft. Ich schaue in die Zukunft. Wie wirst du deine Zukunft verbringen? Ich schaue in die Zukunft. Sind wir die Zukunft? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020